Herzlich willkommen hier zurück. Wie lange ist es her, dass wir mal wieder über einen Crash gesprochen haben, dass das überhaupt Thema war? In ganz 2023 eigentlich kaum. Am Ende des Jahres 2022 gab es natürlich schon wieder Binance-Fahrt, das heißt wirklich krypto-intrinsische Probleme, Angstmache, Panikmacherei. Wie viel hat gestimmt? Bis dato war bei Binance ja alles okay. Jetzt schlägt die SEC tatsächlich ordentlich zurück. Wir haben uns auch in den letzten Videos angeschaut, okay, die will verschärft auf die Krypto-Regulierung zugreifen und da einiges ändern und wir sehen das jetzt schon im vollen Ausmaße. Binance Justi ist betroffen, wir sind betroffen. Binance generell die größte Kryptobörse, sehr, sehr oft an den Prange gestellt. Wir schauen uns das mal alles zusammen an. Und zwar ist es diesmal wieder wie vorher nicht die makroökonomische Lage, die generell den Finanzmarkt betrifft, sondern wirklich nur krypto-intrinsisch. Und das kann besonders interessant werden für diejenigen, die noch nicht ordentlich eingekauft haben. Es wird unglaublich spannend. Zeig mir gerne einen Like, zeig mir gerne den Support. Immer sehr, sehr gerne gesehen. Und dann würde ich auch schon sagen, wir starten mal sofort rein in die Folien, denn ich habe einiges vorbereitet. Apropos und am Ende gehen wir auch nochmal auf die These ein von Robert Kiyosaki. 500.000 Dollar beim Bitcoin bis zum Ende des Jahres 2025. Gerade sind wir bei einem Preis von 21.000. Das wird sehr spannend. Da werden wir uns das natürlich auch nochmal angucken. Jetzt erstmal der Fall mit der SEC. Und zwar geht es nämlich darum, dass die SEC eine Klage erwägt. Das heißt, das steht noch im Raum gegen den Binance USD-Betreiber Pexos. Denn die SEC hat tatsächlich Binance USD, also den Stablecoin von Binance, als Unregistered Security gelabelt. Und gehen deswegen auch verschärft jetzt gegen Pexos vor. Was sehr, sehr interessant ist, da Binance USD ein Stablecoin ist. Ein Stablecoin heißt, dass der den US-Dollar 1 zu 1 einfach abbilden soll. Eine gewisse Sicherheit geben soll, ohne Gewinnabsicht. Also wer in ein Stablecoin investiert, um Profite zu machen, ich denke mal, da gibt einiges keinen Sinn. Und genau deswegen löst das tatsächlich auch momentan sehr, sehr komische Schlagzeilen aus. Viele aus der Crypto-Community sind tatsächlich auch empört. Denn, ihr kennt meine Meinung, ich finde Regulierung zum Teil auf jeden Fall gut. Aber nicht, wenn alles aus der Luft gegriffen wird, einfach nur auf die größten Player das Zielfernrohr gerichtet wird. Ich finde das nicht schön. Und viele aus der Crypto-Community ebenfalls nicht. Aber die SEC kann sich extrem viel erlauben. Sie sind schon auf ganz, ganz andere Dinge aufmerksam geworden. Ja, XRP kennen wir, denke ich mal, alle. Aber davon nicht genug. Sie wollen auch generell in den gesamten Proof-of-Stake-Sektor irgendwie umkrempeln. Also da ist natürlich auch noch so eine gewisse Gefahr vorhanden. Und Proof-of-Stake, das ist ja, man kann es schon als Upgrade von Proof-of-Work bezeichnen. Ethereum beispielsweise ist jetzt Proof-of-Stake. Und da haben wir natürlich auch wieder eine weitere große Angriffsfläche. Aber nicht nur Stablecoins, ja. Und nicht nur Proof-of-Stake, nicht nur XRP. Nein, tatsächlich geht es hier auch auf einige Kryptobörsen, ja. Und zwar beispielsweise bei Kraken. Denn Kraken hat auch einige Wertpapierverstöße begangen, laut der SEC. Das bezieht sich ja grundlegend erstmal auf die US-Nutzer. Deswegen, soweit ich weiß, hat da auch das Staking aufgehört. Kraken musste da tatsächlich nachgeben. Und wir sehen auf jeden Fall der SEC-Chef Gary Gensler, der im Dezember auch schon erwähnt hatte. Der will sich auf Krypto stürzen. Die Pläne wurden ja auch Februar bekannt gegeben. Krypto ist hier mitunter Nummer 1, was reguliert werden soll, wo tatsächlich ein Zielfernrohr drauf gerichtet ist. Und wir sehen das im vollen Ausmaße. Denn, wir haben hier auch ein ganz klares Statement, Gensler ist jedoch der Ansicht, dass mit Ausnahme von Bitcoin fast alle Kryptowährungen als Wertpapiere einzustufen sind. Und das ist eine heikle Aussage, das ist eine riesige Aussage. Und das ist beispielsweise auch ein Grund, warum ich persönlich sage, Bitcoin brauche ich als Sicherheit. Weil Bitcoin tatsächlich, was den Regulierungsrahmen angeht, mitunter unantastbar ist, ja, in der Kryptowährungsszene. Aber zurück zu dem ganz aktuellen Thema, zu Binance USD. Wie ich eben schon vorher meinte, es geht um den Stablecoin-Betreiber Pexos. Diesen wurden auch schon gedroht mit möglichen Durchsetzungsmaßnahmen. Denn Pexos, wer es nicht weiß, ist für die Herausgabe und den Betrieb von Stablecoins verantwortlich. Und da jetzt tatsächlich auch Stablecoins im Fokus stehen, geht die Kryptoadoption leider etwas zurück. Und wir sehen es beispielsweise bei PayPal, diese pausieren die Entwicklung an ihrem eigenen Stablecoin. Und der Grund, wie ich es eben auch schon erklärt habe, die strengere Haltung der Regulatoren. Und PayPal hatte hier ebenfalls für die Entwicklung des Dollar-Tokens mit Pexos zusammengearbeitet. Und das ist jetzt erstmal Geschichte. Denn diese Stablecoin war tatsächlich auch schon im Laufe der nächsten Wochen geplant. Also hier wäre wirklich etwas passiert. Die SEC macht mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Was dieses Meme hier eigentlich perfekt beschreibt, ja. Wir Kryptoinvestoren schlafen gut. Krypto war wieder auf einem neuen Niveau. Alles schien wieder bergauf zu gehen. Und die SEC greift uns einfach aus dem Nichts an. Fast schon ohne Grund. Zumindest fühlen sich viele Investoren so. Was aber auch sehr interessant ist, denn der Feen-Greed-Index spiegelt das tatsächlich noch nicht ab. Okay, es geht um den Bitcoin. Das heißt, beim Bitcoin sollte man ja generell weniger Angst haben. Aber Binance USD kann natürlich auch noch einige Schäden am Kryptomarkt hinterlassen. Und das würde natürlich auch den Bitcoin abstrafen. Derzeit sehen wir noch nicht so große Angst. Das sind derzeit Informationen. Es wird aber extrem spannend zu sehen, was passiert hier weiter. Falls wir hier weitere Informationen finden, werde ich natürlich auch gerne weitere Videos dazu machen. Also gerne auch ein Abo da lassen, um keine Videos zu verpassen. Auch gerne die Glocke aktivieren. Denn das ist ein Thema, was uns im Kryptomarkt tatsächlich auch weiter nach unten bringen kann. Wir sind innerhalb der letzten sieben Tage, Stand jetzt ungefähr 5% gesunken im Bitcoin. Und jetzt wird es eben extrem spannend, um zu schauen, ob sich womöglich auch noch bessere Einkaufsgelegenheiten ergeben, wie risikoreich diese Einkaufsgelegenheiten sind. Deswegen ist jetzt endlich mal wieder eine Zeit, endlich mal wieder in Anführungszeichen natürlich, wo man ordentlich investieren kann. Es wird extrem interessant. Besonders da auch einige Chartindikatoren jetzt wieder darauf hinweisen, gut, hier hat etwas nicht so gut geklappt. Besonders da auch einige weitere Faktoren jetzt nun darauf hindeuten, okay, der Bitcoin hat seine bullische Struktur gebrochen. Hier der erste Weekly Death Cross für den Bitcoin, wie man es hier sieht. Deswegen meinte ich ja, es wird spannend. Besonders auch, weil 35 des Volumens von Binance nur über Binance USD geht. Und die Rally eigentlich durch Binance USD vorangetrieben wurde. Jetzt kann man natürlich auch so einige Verbindungen knüpfen und wir merken, gut, jetzt kann es natürlich wohlmöglich auch getrieben durch die SEC nochmal ordentlich krachen. Und könnte uns zu dem ersten Crash zu 2023 bringen. Und könnte hier so einige Kryptowährungen, die sehr stark nach oben gestiegen sind, weiter abstrafen. Adara HBus ist recht gut angestiegen. Singularity Net generell extrem gut angestiegen. Wohlmöglich könnte das aber auch wieder eine gute Einkaufsgelegenheit sein, wenn man denn daran langfristig glaubt und sagt, das ist die Zukunft. Denn falls es Binance USD wirklich an den Kragen gehen sollte, dann sehen wir auch, Binance USD ist der drittgrößte Stablecoin nach dem gesamten Market Cap her. Und zwar von 16 Milliarden US-Dollar, was schon echt viel ist. Und wenn es jetzt schon auf Binance USD geht, ist es tatsächlich nicht abwegig, dass auch USDC angegriffen werden kann, Tether angegriffen werden kann und weitere. Was sagt denn jetzt der CZ Binance dazu? Und er meinte folgendes, Binance USD ist ein Stablecoin, der komplett gemanagt wird von Pexos. Er meint ebenfalls auch, dass Binance USD die Market Cap davon immer weiter schwinden wird. Und dass er ebenfalls einer Meinung ist mit dem Milt Deutscher, dem Tweet, den wir uns am Anfang angeschaut haben. Er sagt aber auch ebenfalls, dass seine Meinung da im Endeffekt nicht so viel wert ist. Also beziehungsweise den Standpunkt, den CZ vertritt. Denn am Ende liegt es natürlich in den rechtlichen von der SEC auch. Dennoch meinte er, dass er Binance USD für die Zukunft weiterhin supporten wird, aber tatsächlich auch auf andere Paare überschwenken wird, ja, falls da doch irgendwas passieren sollte. Wie wir es hier lesen können, and we will make product adjustments accordingly. Das heißt natürlich, dass man dann von Binance USD trotzdem Schritt für Schritt weggehen wird, als die SEC jedoch gewinnen sollte. Und somit hätten wir auf jeden Fall die negative News abgehakt. Wirklich krass zu hören. Die SEC hat auf jeden Fall nicht zu wenig versprochen. Sie greift den kompletten Kryptomarkt 2023 an. Und wenn es nur noch ein Asset im Kryptomarkt geben würde, dann wäre es natürlich der Bitcoin. Und da haben wir, denke ich mal, auch eine ganz gute Überleitung. Und zwar der Robert Kiyosaki sagt ebenfalls, ja, ein Riesen-Crash wird kommen. Eine Depression ist möglich. Die FED ist dazu gezwungen, extrem viel Geld weiter zu drucken. Es ist einfach die Geldpolitik, in der wir uns befinden, wie wir sie auch kennen tatsächlich. Irgendwann muss natürlich auch ein FED-Pivot passieren. Und deswegen kommt auch seine Prognose, bis zum Jahre 2025 wird Gold bei ungefähr 5000 wert sein, Silber bei ca. 500 Dollar und Bitcoin bei 500.000 US-Dollar. Und das ist eben der Grund. Geld wird einfach nur in den Umlauf geschmissen. Das Vertrauen in das Geld sinkt. Und deswegen sagt er auch, der einzige wirkliche handfeste Wert, laut Robert Kiyosaki, ist hier Gold, Silber und Bitcoin. Dies hat auch einige Kommentare verursacht. Es ist ganz interessant, sich das anzuhören. Wir müssen aber auch sagen, Robert Kiyosaki hat auch enorm utopische Preisvorstellungen für den Bitcoin genannt. Beispielsweise auch damals schon, er kaufte Bitcoin bei 20.000. Dann, wo die 20.000 erreicht ist, hat er gesagt, ich kaufe Bitcoin erst bei 8.000 und so weiter. Ungefähr in den Maßstäben. Das heißt, man muss das natürlich alles etwas distanziert betrachten. Meiner Meinung nach haben wir auf jeden Fall die Chance, beim Bitcoin 500.000 zu erreichen. Die Frage ist natürlich, in welcher Zeit. Für mich ist es auf gar keinen Fall abwegig. Bitcoin haben wir auch schon vorher ergründet. Hat noch extrem viel Potenzial, generell der gesamte Kryptomarkt. Da kann ich das Video gerne mal hier oben verlinken. Da ging es natürlich auch um den Bullrun für 2025. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass Robert Kiyosaki generell ein Fan ist für Silber, für Gold und auch für Bitcoin. Und somit habe ich dir alle notwendigen Informationen mitgegeben, die es für heute gab. Und natürlich auch generell das SEC-Thema etwas näher dazu beleuchtet, damit du auch alle Informationen hast und deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Meiner Meinung nach sind wir in einer unglaublich spannenden Phase wieder. Für mich wurde es auch mal langsam Zeit, dass einige Kryptos weiter nach unten korrigieren. Ich bleibe meinem Plan aber jedoch treu. Und zwar, falls wir unter 20.000 fallen sollten, dann werde ich sehr, sehr viel investieren, weil ich langfristig in Kryptowährungen extrem viel Potenzial sehe. Ob ich so viel Potenzial sehe, innerhalb von 25.000 beim Bitcoin 500.000 zu sehen, da würde ich das Ganze etwas moderater angehen lassen. Meiner Meinung nach hat er aber einen validen Punkt, denn ich schreibe ja auch meine Bachelorarbeit über genau dieses Thema. Ich habe da ein Exposé abgegeben. Ich warte jetzt noch auf die Rückmeldung, dass ich das wirklich schreiben kann, dass man da auch eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit daraus machen kann. Aber da geht es eben genau darum, um das Fiat-System, um den Bitcoin als Zahlungsmittel, extrem interessant. Und deswegen kann ich da auch die Analogie verstehen, die der Robert Kiyosaki uns hier mitgeben möchte. Denn ich persönlich glaube auch, dass dieses Fiat-Geldwährungssystem nicht mehr so lange uns erhalten bleibt. Aber gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare. Ich bin genauso gespannt, was ihr dazu sagt. Da können wir auch gerne eine Diskussion starten. Und dann würde ich tatsächlich auch sagen, das war es mit dem Update. Freut mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.